Frisch vom Seegener Karl. Frische Fische! Frische Fische! Frisch vom Seegener Karl. Fische, ein Spitzenqualität. Fische, ein justification. ancy. Rücksichtumstige, die zerrückt. Fische, kauf Fische, Spitzenqualität. Gesalzener, getrockneter, gepökelter Fisch. Frisch auf den Tisch. Was kostet die Ware? Zwei Dinare, mein Herr. Inklusive Steuer. Danke, zu teuer. Der halbe Preis ist mehr als genug. Wie? Das ist Betrug. Bei diesem Überangebot. Das Geschäft geht bankrott. Wir sind ruiniert, ruiniert, ruiniert. Wir sind ruiniert, ruiniert, ruiniert. Wir sind ruiniert, ruiniert, ruiniert. Wir sind ruiniert, ruiniert. Wohlfalsch investiert. Wir sind ruiniert, ruiniert. Fische, kauf Fische. Fische, kauf Fische, kauf Fische. Wir sind ruiniert, ruiniert. Wir sind ruiniert, ruiniert. Wir sind ruiniert, ruiniert. Und unser Loh. Leider schlecht, Herrin. Ihr faules Pack! Sind's hohe Verluste? Ja. Ihr seid entlassen.